Der 1. FC Schweinfurt will zurück in die Erfolgsspur. Unter der Woche kassierten die Schnüdel in Schalding ihre erste Saison-Niederlage und verpassten durch die Pleite auch den Sprung an die Tabellenspitze. Drei Tage später geht es für Schweinfurt schon wieder gegen einen Aufsteiger. Die Reitmaier-Elf ist zu Gast in Memmingen. Der FCM konnte erst einen Saisonsieg feiern und zwar ausgerechnet gegen jene Schaldinger, hier kürzlich als Stolperstein für Schweinfurt fungierten. Damit hinein ins Spiel. Schweinfurt in Weiß zunächst von links nach rechts mit der ersten Chance. Dominik Ngatti prüft Keeper Dominik Dewein. Der Schlussmann besteht den Test. Deweins gegenüber Lukas Wenzel zu Beginn noch nicht so ganz auf der Höhe. Er kann nach einer Viertelstunde eine eher ungefährliche Hereingabe nicht festhalten. Memmingens Lukas Gelsbeck aber davon wohl auch etwas zu überrascht. Wieder ab auf die Gegenseite. Christian Böhnlein treibt die Kugel nach vorne. Dann gibt es etwas Ping-Pong im FCM-Strafraum. Ngatti fällt der Ball für die Füße. Er reagiert blitzschnell, umkurft Dewein und schiebt ein zur Schweinfurt der Führung. Für den 23-Jährigen das erste Tor im Schnüdeldress. Memmingen schüttelte sich kurz und war dann bemüht zurückzuschlagen. Noah Müller wird nicht attackiert, findet keine Anspielstation und zieht dann einfach mal ab. Was für ein Hammerschuss. Doch die Latte verhindert das Traumtor. Bis hierhin ein unterhaltsamer Schlagabtausch vor den knapp 1000 Zuschauern. Nun war wieder Schweinfurt an der Reihe. Klasse Aktion von Taha Aksu, der da zwei Memminger richtig alt aussehen lässt, dann aber am bockstarken Dewein scheitert. Klasse pariert vom FCM-Schlussmann. Es blieb also bei der knappen Schnüdelführung und mit der ging es dann auch in die Kabinen. Hälfte zwei startet mit einer Gelegenheit für Tiziano Mulas. Schweinfurt etwas unsortiert, doch Teuto Wenzel pariert die Direktabnahme des 21-Jährigen. Memmingen nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, die Hausherren drängten auf den Ausgleich. Gelsbeck hat die nächste Gelegenheit, auch hier reagiert Wenzel wieder Klasse. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss schafften seine Vorderleute dann mal wieder Entlastung, und zwar durch einen Standard. Adam Schabiri führt den Freistoß aus rund 25 Metern aus und knallt das Ding an die Latte. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Kurz darauf wieder Memmingen, Ecke von der rechten Seite, in der Mitte steigt Kapitän Manuel Konrad hoch und köpft das Leder in die Maschen. Der verdiente Ausgleich für die Hausherren in der 83. Minute. Knapp zehn Minuten blieben damit beiden Teams also noch für den Siegtreffer. Und zunächst hatten die Schweinfurt die Chance auf diesen durch einen Freistoß. Schabiri scheitert aber an D-Wein. Und die Schnüdel hatten Glück, dass es nicht auf der Gegenseite einen Freistoß aus ähnlicher Position gab, Wenzel da schon weit aus seinem Kasten. Das Spiel lief aber weiter und war wenig später dann zu Ende. Und somit trennen sich Memmingen und Schweinfurt leistungsgerecht mit 1 zu 1. Was mir persönlich ganz wichtig war, ist, dass wir ein überragendes Heimspiel hier abgeliefert haben. Man hat auch gemerkt, wir haben die Fans mitgenommen. Wir können eigentlich nicht besser spielen. Die ganze Saison läuft schon ähnlich, wie das heute war, dass wir mit einem, nicht einfachen, aber mit einem Gegentor, mit einem Fehler bestraft worden, wo viel Flipper und Pingpong mit dabei ist. Da kriegen wir ein Gegentor und wir machen aus unseren Großchancen dann am Ende des Tages zu wenig. Aber es gibt von mir, von meiner Seite, vom ganzen Trainerteam, gibt es keinen einzigen Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Wir haben hier alles rausgehaut. Wir haben jeden Meter gefeitet. Klar können wir, wenn wir es cleverer spielen, das 2-0 setzen. Das müssen wir normalerweise. Aber ich bin riesig stolz auf meine Mannschaft. Viel mehr wie nach einem 4-0 oder nach irgendwas, wo vieles von alleine geht. Heute haben wir hier jeden Meter umgegraben. Wir haben den Punkt hier uns erkämpft und den werden wir am Dienstag als Ziel für uns vergolden. Von daher bin ich mega stolz auf meine Mannschaft. Durch die Punkteteilung bleibt Schweinfurt Vierter. Memmingen klettert auf Rang 15.